All the moon men want things the way Das ist glaube ich mal das späte But we make sure they see the sun Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Couchnoops Goodbye Couchnoops, moon man We say goodbye Couchnoops Oh! Goodbye! Ha! Hut, 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 ich brauche ein Buretobir Wohin muss ich mit dem Buretobir? Darauf Oh nein, das ist ja behindert Das ist ja behindert, ich mache mir mal den Weg frei Ich glaube die will spawnen Nee, naja wahrscheinlich schon Nee, ja wahrscheinlich schon Nooo Ah ja wirklich, hallo? Was? Ich habe nichts gesagt Ha 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 Stop it now! zu lernen. Ja, den habe ich irgendwie nicht. Nicht? Bin relativ willenlos, was das angeht, ja. Hey, warum nimmst du dir nicht eines von diesen unnützen One-Ups? Oh. Oh yeah. Bitte surprise. Oder? Oder was war das? Leroy! Ranger! What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Oh yeah. Das war hole in one. Ich seh jetzt nicht, wie der Jane schwitzt. Ja, das ist, weil es so heiß ist. Ja. Weil wir so viel gesungen haben in der Zwischenzeit. Das war sehr anstrengend. Das war sehr anstrengend. Weil Goodbye Moonman Leute, schaut einfach mehr YouTube. Das ist voll wichtig. Wobei ich glaube, wir wären wirklich eine Cover, ein versuchtes Cover, ich möchte es fast parody nennen, weil ein Cover wird es wahrscheinlich nicht werden. Ich hab's schon drinnen. Von Goodbye Moonman. Ich kann's auf der Gitarre spielen. Ich glaube, das kriegst du hin. Ich hab's schon hinbekommen. Ohne Spaß. Ich hab letztens wieder ein bisschen E-Gitarre gespielt. Und weißt du, was ich jetzt kann? Ja. Kennst du Van Halen? Ja. Kennst du Ain't Talking About Love? Das kann ich. Cool. Urgeil und vor allem das Risikokomete. Meine Lieblingskomete. Ja, für alle Leute, die nicht um mich reden. Einfach Van Halen Ain't Talking About Love anschauen. Das ist ein richtig anschauen, anhören. Was auch immer. Ja, man schaut Videos. Musik schaut man sich mittlerweile an. Bestimmt, man schaut Musik. Man schaut erst. Erst schaust du bisschen Musik. Schauen sie Musik. Mit ihren Ohrenaugen. Mit ihren Ohrenaugen und nicht der, wollte ich grad sagen. Wenn du da verkackst, musst du den Ganzen noch einmal machen. Oh, wie schade. Gut, dass ich am Anfang verkack. Musst du den Ganzen noch einmal machen? Immer? Das ist aber kacke. Ja. 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 Einer der geschissensten Sterne. Beschissen. 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 Behindert. Ach Gott, nein. Hör auf mit dem. Die fehlen mir. Die fehlen mir wirklich. Boah, die fehlen mir so sehr. Die Gebrüder Mosch. Haben die so geheißen? Die Gebrüder Mosch. Schau, sie fehlen mir so sehr, dass ich nicht mehr weiß, wie sie heißen. Alter, wie könnte ich das jemals vergessen? Die hätten eine glorreiche YouTube-Terriere vor sich gehabt. Alter, allein die Ziele, die sich gesetzt haben. Wir wollen so sein wie... Ape-Guam. Wie Ape-Guam, ja. Ape-Guam, bitte. Entschuldigung, Ape-Guam. Weiß nicht, du hast keine Ahnung, wer das sehen will. Imagine Dragons. Weißt wirklich nicht, ne? Ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben nicht so hohe. Wir haben nicht solche Ziele. Wir wollen besser sein als ihr. Wir sind schon besser. Das haben wir ganz gut hingekriegt, gell? Ja. Haben wir gut gut gemacht? Haben wir ganz gut hinbekommen, ne? Also den ganzen Scheiß da unten, sowas brauchst du nicht machen mit diesem Anzünden. Nein. Das nur, wenn ich extra Stabitz haben will. Aso! Aso ist das! Aso? Aso funktioniert das! Aha. Nein. Ain't got no shit on me. They see the sun. Schwupp. Ja, so viele Sans auf einmal. The world can be one together. Cosmos without hatred. Was war das jetzt? Das war das Ding, weil du schon wieder zu lange gewartet hast. Ich bin noch in nix reingeflogen gerade. Doch, das Ding ist von unten gerade gekommen. Das kannst du mir doch nicht erzählen. Doch, ich hab's ja geseehen. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Und kriegt ... Ich werd's dann nach dem Schnitt eh sehen, ich Idiot. Ich tun mir koche ich. Meine super Soundeffekte zum Instant Replay haben wir mal wieder nicht verwendet. Dass es nicht gegeben hat, ja. Ach Gott, Leute. Mit solchen Menschen muss ich arbeiten. Wirklich? Wisst ihr das? Das ist echt schwer. Um mit jemandem zu arbeiten, sollten wir mal wieder was arbeiten. Aha. Gib mir den. Du glaubst schon, dass du leibernd bist, gell? Ja, voll! Aber das müsste jetzt auch schon langsam klar sein, oder? Ich weiß nicht, dass du leibernd bist. Du glaubst, du bist der Beste, gell? Ja, eigentlich schon. Eigentlich könnten sie dir ja gleich diesen Shortcut darüber freischalten, weil im Endeffekt das... Könnten sie, tun sie aber nicht. Warum sie das nicht tun, das und vieles mehr erfahrt ihr nicht in der nächsten Episode von Couch. Und auch nicht von Ayman Abdallah, weil... Der gibt's nicht. Der ist eine Lüge der Illuminaten. Der ist ja eine Lüge der Illuminaten, ja. Und was hat das Galileo Mystery Team damit zu tun? Das gibt's auch nicht. All das und viel mehr in der nächsten Folge von Illuminaten Mysteries. Illuminaten Mysteries. Warte. Ja, ich warte, ich warte, ich warte. Jetzt. Ich warte. Ich warte. Ich warte. Mein Name ist Inigo Montoya. You killed my father, prepare to die. Hallo, mein Name ist Shigeru Miyamoto. Shigeru Miyamoto. Ich design Nintendo Videogames. Ich werde dich nicht töten. Mein Name ist Shovel Knight. You killed my shield Knight. Prepare to die. Kannst du dich noch erinnern? Das ist schon sehr lange her, ja. Das ist sehr lange her. Es ist eine der ersten Serien gewesen auf diesem Kanal. Kann man sich noch anschauen, wenn man will. Man kann sich alles von uns anschauen. Es gibt sogar ein Best-Off davon. Irgendwer hat mal gesagt, dass es da vielleicht mal ein Best-Off gibt. Oder vielleicht sogar mehrere Best-Offs, bis die Serie fertig ist. Woran liegt denn das? Weil du gesagt hast, mach lieber Until Dawn und Bloodbomb. Das ist richtig. Ja, Bloodbomb war ganz cool, ne? Ja, und Until Dawn nicht. Ja, Until Dawn ist außerhalb. Ohne Spaß. Ich habe jetzt schon wieder die geilsten Scheisse. Aber Until Dawn ist ja jetzt noch nicht fertig. Und das kann noch. Das ist Make or Break. Vielleicht habt ihr es ja schon gesehen. Aber wahrscheinlich nicht. Aber vielleicht schon. Ich glaube sehr wahrscheinlich. Ja, da weiß man die Episode. Er hat wahrscheinlich erst nächsten Monat. Er hat 2018 im Mai oder so. Ja, wahrscheinlich. Na, was wollte ich sagen. Ich habe wieder den urgeilen Scheiß gemacht mit Minimuts in Until Dawn Best-Off Nummer 4. Ich bin so der Minimuts-Meister. Weil ich genau weiß, zu was es ein Scheiß-Video oder sowas gibt oder irgendwas. Und selbst wenn ich es nicht weiß und danach suche, kommt der geilste Scheiß dabei raus. Ich habe einfach mal aus, könnte vielleicht was rauskommen, in Google eingeben. Exakt, das uns du und der Vulcat gesagt haben. Und just am Ende kommt genau das gleiche raus. Und ich denke mir nur, yes. Es war so geil. Ich bin jetzt schon sehr gespannt. Ja, kannst du. Bleib gespannt. Bleib, bleib, gespannt. Gleit gespannt. Gleite gespannt, ne? Oh, das ist kein Problem. Gleiten sie gespannt. Aber sicher, dass sie den Sonn sehen. Ja. Weil... All die Mond-Men, die wollen Dinge weg. Also du sicher, dass sie den Sonn sehen. Jetzt warte. Ja, mach ich eh. Ja, mach ich eh. Wir haben Zeit. Wir müssen nix rushen. Oh, da wird einmal... Oh. Ich bin für deinen baldigen Herzinfarkt zuständig, gell? Ich möchte es nicht nochmal sehen müssen. Ja, ich auch nicht. Glaub's mir. Alter, das ist so scheiße. Das ist so scheiße. Das ist so scheiße. Oh. Hattie, 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 hattie. Bitte, 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 bitte. Ja, gerade noch. Ja, aber es wird jetzt nicht einfacher. Das ist ja das Problem. Ah ja, da kommt ja jetzt das noch. Das ist so lächerlich. What the fuck? Alter. Das ist so lächerlich. Das muss ich dann eh in einem anderen Video ansprechen. Ja, es ist jetzt schon wieder fast Ende, ne? Ja. Ich würde mal sagen, ist das ein Speed-Montage von dir? Nein, Speed-Montage ist das keine. Nicht? Das machen wir jetzt noch. Das ist jetzt gerade... Nicht abkürzen. Nein, eh nicht. Das ist Hard-Gay, oder was? Das ist Hard-Core, nicht Hard-Gay. Aber ein bisschen Hard-Gay ist auch gut. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Don't do me like this, please. Don't do me like this. Oh, please, don't do me like this. Come on, 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 come on. Danke, danke, danke. Beim letzten Mal haben wir uns da raufgeschießt. Ja. Ja, aber wir auch noch. Das können wir uns diesmal nicht leisten. Na? Nicht einmal ein bisschen. Drei Butt-Pokes in a row. Nein. Nein, 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 nein. Oh! 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 Balou! Balou, balou und seid drauf. Güne Crew! Ha! Ha-ta-ta! Ha-ta-ta-ta! Come on! We sind noch nicht fertigx3 Wir sind noch nicht fertig, ich hab'm gesehen' noch nicht fertig, ich hab's doch mehr Schauen wir mal Alter was war's? Jetzt müssen wir noch EndCut machen Ja Jetzt sind wir ganz knapp hier Oh Fick dass Leute Fick das Aber tu hast dieeven Aber was wette?! Bors transmit Das ist ein riesige Komet Feuerkessel. Wir haben 79 Sterne. Zehn Sterne haben wir schon gemacht. Wir sind live und herrscht. Aber wir machen sicher, dass sie da sind. Was heißt?